Hallo, mein Name ist Christiane Saalbach. Ich bin Geschäftsführerin der DVW GmbH und in dieser Funktion zuständig für die Intergeo, insbesondere die Intergeo-Konferenz. Egal ob Aussteller, Sponsor, Referentin, Impulsgeber, Teilnehmerin oder auch einer der mitwirkenden Verbände, Ihre Beteiligung an der Intergeo ist unersetzbar. Bleiben Sie Partner der Intergeo und lassen Sie uns 2020 gemeinsam digital zusammenkommen und austauschen. Sie werden überrascht sein, wie viel Wertschätzung für Sie und Ihre Bedürfnisse in die Entwicklung der digitalen Plattform eingeflossen sind. Die Inhalte der Intergeo-Konferenz 2020 bleiben bestehen. Im Zentrum der Konferenz stehen weiterhin Themen wie Klimawandel und Geodäsie, Forschung, Modelle und Vorhersagen und damit Klimawandel und Green Deal, aber auch Smart Cities, nachhaltiges Wohnen, Leben und Arbeiten, digitales Bauen und BIM Digital Construction als Beispiel. Zudem bieten wir digitale Trends im öffentlichen Vermessungswesen wie Smart Mapping, Multi-GNSS und Geoinformation 4.0. Gemeinsam mit den Referenten justieren wir die Planung in den nächsten Wochen nun dahingehend, dass die Konferenz noch online gerechter und damit voll digital wird. Treffen wir uns vom 13. bis zum 15. Oktober auf der Intergeo 2020 digital. Wir freuen uns auf Sie!